Seit neuestem bin ich ein Hacker und damit guten Abend zu Darknet. Spiel. Hallo. Ich drück mal auf den Klick drauf. Kann man da machen. Wohohoho! Das ist Aschengdung. Okay. Willkommen im Cyberspace. Du hast vereinbart, dass aus einem sicheren Netzwerk zu stehen. Ich muss das auf so einen Nippel drücken, oder was? Äh, Kern? Das Schweinereist ist mein Ding. Ja gut, dann geh ich da hin und da hin. Was hab ich jetzt davon? Der Virus hat den Kern erreicht. Ja? Oh, ist sehr gut. Ich bin ein richtiger Hacker. Da kann man ja Würmer kaufen. Ich kaufe Viren. Ich kaufe so ein Virus. Das kann nicht so schwer sein. Die Hackerei. So Männer, seid ihr bereit? Los gehts. Easy Experience. Hey. Okay, ich hab auch noch ein Plan. So und so. Hier wir go. Ich bin nämlich früher mal so ein Mathegenie gewesen. Scheiße. Ich hab natürlich einen Fehler gemacht. Ich mein natürlich so und so. Gut, gut. Zagalabab, mein Freund. Das ist jetzt gerade mal mein Monätchen. Was? Mit ihnen kannst du Knoten erobern, ohne sie manuell hacken zu müssen. Was? Also einen Hydra habe ich immer gern. Ja, ja. Okay. Oh! 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 Oh, ein bisschen passiert gerade eben. Wir sind reich. Reicht. Ach Gott, ich gehe erstmal zum McDonalds. Oh, das ist doch total locker da. So. Gehe ich jetzt gerade mal auf, äh, da hier. Und drücke da rein. Und dann drücke ich auf den da. Zack. Bumm. Und auf den da. Zack. Und da geht's los. Total einfach. Total einfach. Total einfach. Ich hab lange Zeit überlegt zur Polizei muss zu gehen. Aber so als Kapuze-Träger. Weißt du was ich jetzt mache? Da in dem dunklen Händen drin. Schauen wir jetzt noch so einen Hund rein. Kaufen. So. Mhm. Mach ich was. Und geh ich mit dem Hydra da hin. Und klick auf den da. Und schon. Cha-ching. Cha-ching. Uh. Geld wie Heu. Schauen wir nach so einem Virus. Als Hacker ist es gar nicht so schwer im echten Leben das zu machen. Wenn du ein Hacker bist da drin. Weißt? Da geh ich halt einfach auf den zurück. Da drück ich auf das Knäschelchen da. Auf den da geh ich rein. Früher bei mir auf der Volkshochschule. Das war ein schwieriger Hacker da. Bist du in den Game of Pocket vom Nachbarn reingekommen? Da hast du alle Pokémon geklaut. So Hydra Cup. Bumm. Und zack. Und verstehe wir uns mein Freund. Ach Gott. Das ist so einfach zu hecke. Was hat denn den Norden andauernd Probleme damit? Warum kostet das so viel? Ha? Ja ja. Du wirst doch nur so einen Blas machen wie ein Scheiß. Ah ja. Die Norden Leute. Wieso halt wieder heiß läuft. Ja ja. Na ja. Die wissen halt wie es geht. Jetzt hecken wir halt mal so einen. Geschützte Typ. Ich seh nichts Geschütztes. Ich seh nichts. Da ist ein verschissener kleiner Hacker. Ich spreche mir da. Guck. Zack. Das ist ja zumal eine verschissene Wecherlichkeit. Aber das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt greifen wir gerade mal so ein dicker an. Ich komme gerade ein bisschen in Fahrt. Weißt? Eins und eins und. Zwei. Sagt ein bisschen. Wie sieht es denn. Grün? Was ist denn das grüne da jetzt? Ohlalala. Ohlalala. Madame Menzius. Gucken wir mal so. Da. Bumm. Ich will das Netzwerk anfälliger gegenüber... Ha! Hülle Palle! Jetzt werde ich doch hier mal verbunden mit dem da, oder nicht? Ha? Hallo? Warum ist das jetzt nicht da rüber gelaufen in dem... Mein Scheiß? Lila, mach jetzt mal was. Schuppelflecht. Verbreite ich mal. Zack, zack. Alter, hol ich nochmal noch so einen Explund-Karfe und dann hau ich das noch in den anderen da rein. In den da. In den Dicke da. Bumm. Hahaha. Kenn ich gar nichts bei dem. Und weiß ich jetzt mal, was ich nochmal mach? Achtung. Jetzt kommt mal rein mit der Super-Kuh entgegengelaufen. Der Kuh-Hup. Kuh-Hup. Achtung. Bumm. Zerstört. Und jetzt. Was auch mal. Du holst dir einen Hydra. Kaffst dein Ei. Machst ihn auf dein Ding drauf. Und guckst, was passiert. Oh! Mamba mia! Alles mal! Hahaha. Uh! Das waren jetzt gerade mal 10 Trillionen Euro, die wir da bekommen haben. Mehr oder weniger, ne? Also das ist ein Dollar, okay? Dollar. Die Amerikaner an ihrer verrückten, äh, Dinger, oder? 1.272,6. 1.000! Boah! Ich mittlerweile ist für mich so ein Spieler gar kein Problem mehr, weil ich drück einfach auf den so und auf den so geht zurück. Macht das da hin und ein anderer halt noch da hin und schon ist gewonnen, die Sache. Guck mal, ich schon noch einer, so. Bumm. Ich schon noch so ein, ach so. Warte mal. Zack. 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 Jetzt hab ich den da hin. Bumm. Und jetzt lassen wir mal die Magie passieren. Achtung. Jaa! Ohohohohohohohohohohohohohoho. Ey, ich bin langsam im Stimmbuch, habt ihr das gehört? Ich komm langsam ein bisschen in den Stimmbuch rein. Finde ich auch gut so, weil wir sind jetzt auch schon hoch am Sack gewachsen und langsam kann jemandem in den Stimmbuch kommen. Ne, ne, ja, ja. Total einfach. Ich verstehe es auch nicht, das ist total einfach, das Spiel. Guck mal, ich kaufe jetzt einfach ganz viele von den Viruses. Jetzt gehe ich mal in den dicke, fetten Mann. Ja, da leck mich doch am Arsch. So, jetzt mache ich mal richtig Zamba o la Rores hier. Ich habe noch vier Vieren. Vier Vieren. Man muss auch mal ein bisschen nachdenken zur Sache. Weißt du? Du kannst schon so ein wahrer Leben im Kopf durch die Wand das geht. Nein, nein. Achtung jetzt, jetzt gibt es noch was. 1.708.000. Es war so locker. Das Hassel ist so easy hier. Guck mal. Tschüss Stammknoten. Winke, winke mein Freund. Zack und da noch einer hier. Bumm. Schön sind sie kaputt die Bastards. Wir gucken mal ein Baumstamm da. Mhm, mhm. Okay. Das mache ich mit Leichtigkeit von unten rum. Du musst halt auch manchmal wissen wann du von unten kommen musst. Aha. So oft du warst. Ja, ja. Zack. Ah, das ist mal eins. Verdiene der Freiburg 2 Billionen Trillionen Zillionen. Wow. Ah ja. Aber schnell. Ah. Das war jetzt ein bisschen viel Information für mich. Erstmal fürs Erste da. Wenn ich ehrlich bin. Wo bin ich denn jetzt? Ah ja. Programmieren. Du kannst dich schon programmieren. Guck. Du drückst einfach auf das und auf das. Und dann drückst du hier drauf und gehst. Das ist mehr zu viel grad. Ich bin ein guter Hacker. Ich bin echt ein guter Hacker. Aber das ist mal grad nur zu viel was hier alles ist. Ich denke du kannst doch malen wirst. Das geht einfach nicht. Nee. Ich kann nicht. Ich muss mich auch mal wieder um mein Haustier kümmern. Vielen Dank dass ihr mal über meine Schulter geguckt habt. Als beruflicher Hacker. Aber ich kann das noch viel besser wenn ihr halt nicht so higuckt. Dann kann ich das locker einfach. Das mache ich gleich. Einfach so. Wuhuuu. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.